Willkommen zum neuen Part, das ist wie viel vergessen zum Song. Also Willkommen zum neuen Part, wie immer. Mit uns beiden. Stier? Wo ist der Zeit? Das. Aua! Ich hab's dich interessiert. Was? Der ist hinter dir plötzlich ein Tom gehofft. Hinter dir ist noch mehr. Trink. Was ist das? Ach! Was ist das? Was zum Teufel macht das Teil nur? Ah, du hast schon eine Turbine. Wir haben das vor der Trinks einmal diesmal wieder. So was du für eine Fahrt hast. Geht's? 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 Ja. Ich hab's schon müssen noch abbauen. Da geht's vielleicht ein bisschen leichter. Hilfe! Hilfe! Das war viel zu fremd. Ich bin nicht genannt! Ist denn irgendwas? Ups! Wir fahren ja schon. Ich will wieder da auf, Mist. Ich will nicht mehr genug Geld dabei, schluss. Ich kaufe mir die Waffe auch noch gar nicht. Ach so, dann hätten wir bei der Kisten schneller was. Überweil, dann halt mir nicht lange was, ich kauf's. Später dann, wenn's geht's. Sind ja gut Zombies, ich kann kurz ein bisschen mehr. Juhu! So, Anlauf uns. Ach so, wir sind noch gut da. Hoppala, wir sind vertauscht. Ich glaube, wir haben den einzigen Ort gefunden, an dem es nicht verstummten Stolper an der meint. Ah, ich hab' nur noch einen Schuss. Na super. Wir sind gleich da. Ja. Aber du kannst auch nur dich ins Auf kaufen, in der Kisten geht's auch nicht aus. Außer ich schaff's irgendwie noch Geld zusammen zu kriegen. Ich hab' auch nicht genug Geld, oder? Jetzt hast du auch nicht mehr genug Geld. Wie, was machst du jetzt? Neifen? Ja. Oder ich? Ja. Aber neifen ist gefährlich. Du bist der Erste schon. Ich komm' nur schnell neifen. Jetzt geht's jetzt nicht mehr aus. Doch, neife! Aber weg! Das ist nicht mehr weg. Das ist nicht mehr weg. Du musst genug Geld jetzt da. Du musst genug Geld jetzt da. Munition! Munition! Was? Ne, 100 pro. Ne, 150 pro. Ne, 150 pro. Ich geh' mir um jetzt, wenn das Angst zu kriegen ist. Die Leute! Ach, ne. Ach, ne. Achtung! Ha? Braucht niemand mehr. Doch, sicher. Das war'n schön. Sie sind vor, wo man die abbaut. Das hilft jetzt aber. Doch, doch, jetzt haben wir genug Geld davon. Äh, so ein Punkt erbaut. Messer. Ballistisch. Ich hab' zwei Messer. Was ist das? Ich hab' ein ballistisches Messer. Ah, da kann man's abbauen. Draußen. Oh, ich glaub' das war's. Oh, ich glaub' das war's. Ich hab' ein Ballistisches Messer. Ja, da kann man jetzt auch den Bus aufbauen. Für was ist das? Ich versteh' noch nicht, wo es dann da ist. Sie fühlen nicht. Das ist ja saugeil. Das Messer one-hitted, aber ich muss halt die... Das Messer wieder raus, da ziehen. Du hast ein Messer gekriegt? Ja, das ballistische Messer. Achso, das ist aber nichts gegen. Jetzt komm' ich nicht mehr um, ey. Doch, sicher. Ich find' das trotzdem cool. Ja, es ist aber nix gegen diesen komischen Schlagränge. Aber der Coaster 6000. Pass auf, oder? Weißt du mich nicht! Ich weiße zurück! Und? Naja. Was hast du'n? Äh, ne, eben acht. A1. Ich habe' eine Waffe. Ich mach' eine Waffe. Ah, das ist ein schöner Headshot. Ach, das ist ein schöner Headshot. Ah, den musst du immer wieder eins haben, oder was? Das ist intelligent, wenn ich's wieder einsenai. Weil sonst kriegst du immer... Ah, das ist fünf Messerys. Das sind fünf Schuss, die ich hab'. Geil! und die habe ich unendlich aus als ob ich mit dir ich kann sagen wir uns das nächste Mal etwas ruhiger ist nun das wird es mir nicht mehr geben, was willst du noch schauen? Instakill jetzt gibt es Spaß für alle jetzt ist es vielleicht drück, was müsst ihr noch schauen? oh Gott, weiß man nicht mal ist das schon mies ist wurscht hat kein Stress Messer ist vielleicht wenn es irgendwo so ein rotes Teil im Boden stecken muss ah, hab schon ich habe auch sonst immer 1 kill gewischt aber ich kann Instakill mehr ich muss ein schneller zombie aber was 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 ganz ehrlich ganz ehrlich so viel Glück habe ich gewollt es war nie bei dem von zombie musste ich glaube die regan kommt also und andere ich bin mit dem Siegern des Landes nachladen nicht mal ich kann das rufen sich diesmal erledigt es gibt es auch das von hinter dem nicht mehr nimmer 3.000 Kurs die Tempo-Colder und die zweite Auslösung die Späume zu haben der E-Z doch wenn ich Heldschutz mach Kruppfelsen und noch immer wo nicht den anderen Schleifern sehr geil er und schau ich schau nur mal her ähm es so ja aber schnelles ist der Strom da drin die Absicht er aus dem Markt die Muster Kaffee des Kusses 3.000 Spitz Kohlenz Schnellloch-Locken-Schneller Maximale Munition allerdings ist er nicht mehr muss dann immer mehr geworfen aber es gibt nichts ich habe fünfhundert Schuss ja immer Box der Bisschen ja irgendwann er hat zuerst Kaffee des Dings wenn du schon gehörst jetzt kriegt ihr stinkreifall ich krieg kein Geld wenn du mehr anderen wohnst aber auch Geld dann da würde Punkt da Schreiner das war eine Doppelpunkt das war alle Bautings alle zusammenbauen wieder Schreiner wie sollst du Strom weggeben Habe ich nicht eigentlich nicht na toll ist jetzt weg angetrieben von Verschwörung das musst du immer wieder nach hinten stehen glaube ich oh nein es ist durchbrennt er ist kaputt dein auch dein auch ok der wieder oder ja jetzt der ist schau da wenn ich mir gesund aus meins ist weg was ist das nein meiner ist weg oder ist es meiner nein das ist meiner danke so bleib weg noch nein nein ich hab's nicht kein Geld bleib mir nur da ja da Kinder was denn bist du schnell ja schau 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 ich kann nicht schauen du rennst nicht mehr jetzt hängt gerade mal vor du hast renn nicht ins Feuer ich doch nicht doch das ist zu klären das ist gar du bist das Punkt blaster die zum wenn wegen dem aber die sind als sie den Stromschutz was du das tun willst du mir ganz was ist ein Ort das ist ganz das ist ganz ja es ist eigentlich mein so in Bewerbster und die Tag Du bist gerade links an mir vorbei gerannt und plötzlich war hinter mir ein Zombie. Siehst du ihn? Ja, ich fähre auch nicht gerne. Nein, jetzt ist mein Speedcaller drin. Wirklich? Ja. Na toll. Komm, Bus fahr, ich will rein. Du willst den Bus rein? Ja. Wozu? Noch nicht da die Waffe. Wir haben da alles, was wir wollen. Die Kisten. Ja, aber Strom überall wär's halt. Ein bisschen Labor. Aber wir können ihn nur ein bisschen überleben. Ja. Doppelte Punkte. Zwei Freaks zum Kreis von einer. Auf Wiedersehen. Wir wollen sich unter einer Angelegenheit lösen. Darf ich in Ordnung, dass sie jetzt wegreden. Mal schauen, was es in der Kisten gibt. Zum Spaß. Ups. Ich habe etwas tief gezielt. Genau zwischen Beinen. Mit einem Messer. So fein. Ich habe mit beiden Messern hin mich Stichschneidekirchen. Alles nicht eh klar? Und warum hättest du mich da? Also gehen wir weiter oder was? Keine Ahnung. Du wolltest ihn nicht. Ja, anscheinend braucht er eh noch. Mir ist egal. Also geh rein. Au, au, au. Das tut mir weh. So. Wir kommen da jetzt von da auch aus. Nein, die Leute sind da draußen. Schade. Die Leute sind schon nötig. Es ist so schade, dass ich wieder sie in der Takt stellen. Okay, ich weiß an. Was gibt's? Ich mag nicht wie Bäuchen ausgeschöpfen wollen. The Fuck? Also was war das jetzt? wir sind bei der Farm jetzt oder was? Wieso sind wir jetzt bei der Farm? Nichts mehr fahren wir weiter. Nein, da sind wir einmal durch die Farm durchgefahren. Ah klar, fahren wir weiter, oder? Oder nichts? Ja, schon. Es gibt einen Aussteller auch für das, für das Instinkill. Geh weg! Aufs da? Was? Geh mal aufs Loch, oder? Die Leiter. Da, hinten. Ah, da, hinten. Ich bin oben. Ja, ja. Fuhren müssen wir euch beschützen, da ist der Rame. Und sonst halt zeitlich, und hin. Ehm... 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 Rasman Markus, wenn Busreisen relativ zombie-frei sind. Ehm... Ehm... Deppinier jetzt? Ehm... Mit de harpglas. Ah, okay. St aber nicht mehr stets ja ich kenne es so nicht wir werden sie vielleicht sie sind die kämer zu sehen diese auch das zu spüren und der Weg an tut das super Waffe Gehen wir? Jetzt brauche ich bald eine neue Waffe, ja Da muss ich jetzt irgendwo teil legen Ich schau mal, du kannst ja schon mal runter Ich hab die Raygun wie immer Ah, durch den Fall schon, bist du gestreut Da muss ich irgendwo sein Erster Teil ist unten Okay Also, bereits montiert Da muss ich irgendwo da sein Zweites Teil Fehlt noch das letzte von oben Ja, ich suche immer noch Ja Vielleicht da drüber Kommt man jetzt Leichenteile oder so, irgendwas könnte sein Weil? Weil ich da gerade einen Arm von einer Leiche gefunden habe Achso Ich glaube fast nicht, dass ich das allein da unten ausnehme Sind so viele da? Das klingt gar nicht Ah, aber Noch nicht Das klingt wie immer noch Hm Doppelte Punkte Aufstellen und sterben, Idioten Maximale Munition Wird auch Zeug für eine Haus Danke Jetzt kann ich überleben Ha 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 Jetzt brauche ich auch keine neue Waffe Das ist die, wo es jetzt ausgehen Und die Zuschauer, wenn sie denken Ja Mein Gott, das liegt eh doch vor dir Oder so circa Und das ist bei mir nicht Ich stelle dir irgendwie so eh doch Und das ist ein bisschen Wahrscheinlich liegt sie eh um Ja, weiß noch Kann sie schauen Ah 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 Ich kann es länger ausmachen Kleinkommt irgendwie drüber? Es fährt ja wieder einmal fein wenn es wieder mal so eine maximale ehm Amut kriegt Schau wieder? Ja und? Ok, ich glaub da ist irgendwie nix Ich geh runter Und schuhe bei mir nicht 8 8 musste so konnte nur was fahr dir mal weiter 2 von den 3 Prozent vor der Rede schützt er der Fall ist geblieben es ist okay sieben wie so eine komische Leuchte sowieso aussehen du beschützt mich derweil ich werde schon mal die mann gibt es zufrieden also rechts beim raumt links gut ist der Ex-Vert Ich hoffe, wir werden sie auch Ja Nein, von da sind wir runtergekommen Will ich das probieren? Nein! Das Ding ist zugegangen Nein, das dauert Der Stromdienst ist kaputt Nein, ist auch nicht Kriegst du einen Zug oder was? Ich hab ihn nicht mehr Ja, aber vorher ist die Tür auch zugegangen und dann ist es wieder aufgegangen Geh mal die Tür auch drüber? Ja Echt? Ja Ah, ja Ah, ja Ah, da kommen sie her Es ist wirklich etwas, was man Ja, da habe ich auch nicht so viel schüttelt Schau mal, ach, kannst du das, du musst das auch nicht mehr Ja So ein Scheiß Ja, da kann man auch wieder auch, gell? Schaut, ich darf mir das nicht kaufen Ohne Tings geht das natürlich nicht Vielleicht ist da irgendwo noch das letzte Teil Da unten färgst Das liegt sicher irgendwo unten Wo bist du hier? Ich bin tot Zwei Ohröpfen? Nein, ja, da kannst du noch hin, aber Wo bist du überhaupt? Nicht, nicht dann lang, nicht dann lang, da kommst du nicht drüber Sondern, ich bin grad gestorben Ja, wo muss jetzt hier? Warte, schau da noch Ach so, ich will dich nicht retten Ich bin In der Lava Ach so Da Ja, das ist jetzt lustig Die macht leider auch Schaden in der Nähe Da liegt was Das gehört jetzt wo Solltest du vielleicht rechtzeitig nachladen Ja, also Kannst du mir Tipps geben Und treffen So viel zum Thema Treffen Rechts Links Ach so Triebel kriegen Kannst du hinter mir schauen? Wo geht das? Ja Warte Nein, kann ich nicht Kannst du es nicht der Teilschatz Bär unfair Bär unfair Sinnvoll, Kramat Ja, sinnvoll Das zum Thema, sie wollen die Tür Ach man Das was ich jetzt brauche Genau darauf habe ich gehabt Nicht mehr anscheinend Du musst es tunen Kannst du tunen? Kannst jede Woche tunen Wenn es das zusammenpasst Ich weiß zwar nicht wo Ich glaube in der Stadt Ich glaube in der Stadt gibt es irgendwo Scheiße, du bist Na Ich glaube der ist schon tot Ich bin aber nicht gesehen Wir konnten ja rund online spielen Mit allen zwei Ja, könnten wir Also mal tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss